Wolf kommt und mich beißt. Ach Quatsch. Perfekt. Da war ne kleine und ne große Zahl. Ja, das ist perfekt. Genauso müssen die aussehen. Geht das Körper schnell runter von ihm? Nein, nein, nein. Das war ne schlechter Treffer. Das war ne ganz große Zahl. Oh wow. Ich ziele auf den Kopf. Auf die Stirn, Alter. Ich habe auf die Stirn gezielt. Nein, du musst wirklich vorne auf den Nüppel zwischen die Augen schießen. Ach so. In die Fresse sozusagen, genau da. Ne, das war zu niedrig, viel zu niedrig. Alter, zwischen die Augen war das gerade. Mann, das war so und dermaßen vorbei. Der würde auf jeden Fall über den Jordan gehen, denke ich. Alter, ich ziele drauf, ich schieße und dann ist meine Maus irgendwo anders. Aha. Alter. Der ist schon ziemlich am Arsch. Ne. Ich bin wirklich froh, dass wir den 112 an uns genommen haben. Alter, mach's doch selber. Ne, ich mach ja meinen selber. Ja. Ne, ne. Nein, nein, nein. Das ist deiner. Es funktioniert nicht, ey. Das funktioniert. Ich hab den Beweis. Wenn der so rumzappelt, geht es nicht, ey. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Hm. Hm, ob ich da unten auf die Letch stehen kann? Oder ist das so, oder ist das so gefährlich? Naja, die Animation für den Stein ist schon echt lange. Egal was ist hier, kannst du ihn auf jeden Fall nicht treffen, weil er sein Gesicht im Stein hat. Alter, wo soll ich bitte noch hinschießen? Die war genau zwischen die Augen. Leb wohl Stein, Elementar. Niemals. Wo er hin will? Guter Treffer. Aber es könnte sein... Du musst ihn, glaube ich, nicht in die Fresse, du musst ihm auf den Kopf schießen. Ja? Du musst ihm auf den Kopf schießen. Ich hab doch gesagt, du musst die Stirn treffen. Die Stirn, Mann! Die Schädeldecke musst du treffen. Oh, wow. Äh... Gott, Schalzi, Mann! Sag nicht, Jörn! Sag nicht, Jörn! Sag nicht, Jörn! Sag nicht, Jörn! Wieso kann ich nicht spawnen? PvP-Kill. Respawn-Teil. Ich wusste, ich hab irgendwas vergessen. Was? Hier ein paar Meter von dir wegzugehen! Ich weiß ja überhaupt nicht, warum ich so nah bei dir war. Oh, Mann. Äh... 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 Alter, was bin ich froh, dass mein Jim Boa mich mitgenommen hat. Da hätte ich gefahren. So. Aber mit Agentavis. Oh mein Gott, das ist ganz ergeben. Da ist nichts passiert. Ich muss nur mein Zeug finden. Ich hoffe, es liegt noch oben auf dem Berg und ist nicht runtergefallen. Das ist noch irgendwo. Ich hoffe, es ist noch oben auf dem Berg. Warum nichts? Bei mir nicht. Da unten liegt eine Leiche. Da ist eine. Da ist das Rock Elemental hin und auch da. Na, da ist meine. Nein. Da ist das so gut. Da ist es so gut. oh wow das war eine voll gute idee ich habe es genau hier auf der kante stehen ich habe es genau hier ich habe es genau hier ich habe es genau hier Oh, okay, das war's. Gut.